einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen ja zu der neuen forex screener webinar reihe heute mit dem thema pivot punkte erfolgreich handeln und das machen wir natürlich an der stelle mit manuel lücke von forex screener ich freue mich sehr dass er heute abend hier mit uns das webinar hält und mein name ist nelson kathos und ich begrüße ihn im namen von fx flat und möchte da gar nicht so viel vorweg nehmen ich denke der manuel wird sicherlich zu der neuen webinar reihe gleich was dazu sagen aber bevor ich den bildschirm dann final übergeben müssen wir kurz den risiko hinweis besprechen denn wie immer dient dieses webinar zu schulungs und informationszwecken unabhängig vom inhalt heute müssen sie ihre eigene entscheidung treffen und dürfen diese veranstaltung nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung verstehen ja sehr schön ja also auf jeden fall auch noch mal schon mal ein riesen dankeschön dass sie live dabei sind und der raum fühlt sich auch noch aber es gibt ja die aufzeichnung und bis dato haben sie ja noch nichts verpasst so ich übertrage den bildschirm wünsche viel erfolg und viel spaß manuel ja vielen dank ich würde mal kurz den bildschirm übertragen jetzt sollte er freigegeben sein vielleicht noch mal ein kurzes feedback an der stelle ob man den bildschirm sehen kann ja dann kann es los gehen ja von mir auch noch mal schönen guten abend freut mich dass sie alle so zahlreich erschienen sind heute ja zu der neuen webinar reihe die starten mit dem thema pivot punkte erfolgreich handeln und in der neuen webinar reihe geht es eben darum dass wir die verschiedensten und relevanten trading themen auseinander nehmen beziehungsweise ein bisschen beleuchten ihnen guten content dazu liefern und ja natürlich immer mal wieder ein paar trading setups zeigen dazu und die leute die das thema noch gar nicht kennen die werden halt einen guten einstieg in das thema bekommen die leute die das thema schon kennen oder denken dass sie es schon kennen die werden hoffentlich noch ein zwei informationen mitnehmen können die sie vorher noch nicht kannte und darum geht es in dieser webinare das wird so ablaufen dass wir einmal pro woche wie gehabt das webinar halten bei fxflat und beim nächsten mal ist dann eben ein anderes thema dran aber heute starten wir mit den pivot punkten genau bevor es los geht würde ich mich noch mal kurz vorstellen an der stelle für die leute die mich noch nicht kennen mein name ist manuel lücke ich bin 31 jahre jung und mittlerweile schon seit über zehn jahren an der börse aktiv hauptberuflich diversifiziert aufgestellt mit der börse und der informatik das würde ich auf jeden fall so noch mal genauso machen wenn ich die wahl hätte weil es sehr coole themen sind die sich super miteinander ergänzen ich habe in meinem leben schon extrem viele handelssysteme entwickelt damals als ich zum beispiel gestartet bin in der vermögensverwaltung habe ich gelernt wie das ganze funktioniert und später habe ich dann mit einem kollegen zusammen eine eigene firma gegründet und in berlin hochgezogen da hatten wir auch ein agentur geschäft wo wir sehr viele systeme entwickelt haben und natürlich auch nicht nur systeme sondern auch trading software also nein also auch monitoring systeme trading tools indikatoren benachrichtigungssysteme alles was man so fürs trading braucht ja mein letzter schritt war dann gewesen meine anteile der firma zu verkaufen und mich mit meinem vollen herzensblut dem forex screener zu widmen der forex screener ist ein tool wo sie kriterien in den markt geben können wonach sie suchen und der zeigt ihnen dann also er scannt den markt für sie und zeigt ihnen alles an aber dafür vielleicht dann dazu später noch mal ein bisschen mehr würde ich sagen legen wir los mit dem heutigen thema pivot punkte und die agenda dazu sieht wie folgt aus wir werden erstmal besprechen was sind pivot punkte wie helfen sie mir beim trading überhaupt weiter und wie lassen sich diese punkte berechnen viele leute denken dass es irgendwie so magische preislevel sind oder magische zahlen die sich dort berechnen lassen den ganzen werden wir mal auf den grund gehen und ich werde mal erklären wie sich die preislevel herleiten lassen im anschluss habe ich ihnen auch noch einen indikator aus dem hause forex screener mitgebracht damit sie das ganze auch bei sich im chart nachvollziehen können und eventuell dann auch später noch nachhandeln können wenn ihnen der ansatz gefällt und zum guten abschluss zum schluss kommt dann eben das beste da stelle ich noch ein paar trading setups vor nachdem sie dann eben ausschau halten können und ja selber handeln können wenn auch immer sich die möglichkeit ergibt fangen wir an mit dem thema pivot punkte man sieht den großen chart und man sieht darauf eingezeichnet ja viele linien und diese horizontalen eingezeichneten linien das sind eben genau die pivot punkte davon haben wir sieben stück und ich würde mal mit der in der mitte anfangen in der mitte die gelbe linie ist der pivot punkt p darüber haben wir drei weitere linien einmal und unterhalb des pivot punktes p haben wir die pivot punkte s1 bis s3 also insgesamt sieben stück an der zahl und das r in dem pivot punkt also in oberen pivot punkten steht eben für resistance sowas wie also es heißt widerstand und das s in den pivot punkten mit dem s steht eben für support also unterstützung daraus kann man dann schon mal deuten dass ja die pivot punkte uns prognostizieren wo der markt eben seine widerstände und seine unterstützung ja wo er eben reagieren wird auf diese widerstände und die unterstützung und dazu ist natürlich noch zu sagen wir haben ja auch die vertikalen linien eingezeichnet das sind die in dem chart und ganz wichtig zu wissen ist dass die pivot punkte für den heutigen handelstag also der tag ganz rechts die berechnen sich eben aus dem tag aus dem vorhandelstag also aus dem tag in der mitte die linien hier sind jetzt aktuell durchgezogen es wäre aber korrekter wenn die linien jetzt quasi einfach begrenzt werden bis zu dieser vertikalen zone und quasi den widerstand und die unterstützung in diesem bereich zeigen ich habe aber mal auch eingezeichnet da das eben auch sehr wichtig zu wissen ist dass die widerstände die werden auch so in dem markt öfter mal angelaufen also ich kann mir die preislevel für heute berechnen und dennoch kann man auch beobachten dass zum beispiel an diesen support der markt an den tagen davor auch schon mal abgeprallt ist und das ganze als unterstützung genutzt hat und entsprechend kann man eben sehen dass die linien teilweise mehr oder weniger relevant sind also man sieht es eben wie oft der markt an einer linie abprallt und das heißt ja auch dort wo gekauft wird dort wird später mal wieder wieder gekauft und dort wo verkauft wird dort wird später auch wieder verkauft dementsprechend kann man eben schauen dass wenn die linien komplett durchgezogen sind wie signifikant die linien sind und das sollte dann eben zu unserer handelsentscheidung ein einfluss haben ob wir dann eben den widerstand oder die unterstützung handeln wollen oder nicht handeln wollen dann schauen wir uns mal im nächsten schritt an wie das ganze eigentlich wird die punkte das ganze ist nämlich kein hexenwerk sondern es gibt ein paar also es gibt formeln es gibt auch unterschiedliche formeln für die punkte und ich habe immer den gängigsten ansatz herausgesucht so haben wir quasi auch die pivot punkte im vorweg screener berechnet wenn man eben danach filtert und man kann hier eben sehen also wir haben logischerweise sieben formeln für die sieben verschiedenen punkte und was wir brauchen um die punkte zu berechnen sind eben das high das close und das low von der vorperiode also wenn ich für den heutigen handelstag die punkte berechnen will nehme ich mir die high low close werte vom vorhandelstag und das ganze funktioniert natürlich auch auf wochensicht so dass ich mir für die aktuelle handelswoche die pivot punkte berechnen kann auf basis der vorhandelswoche in dem beispiel betrachten wir aber immer das ganze auf tagesbasis und jetzt ist es eben so dass wir uns die werte nehmen und im ersten schritt einsetzen in die formel high plus low plus close das ganze addieren und dann durch drei rechnen und den wert den wir dann daraus haben das ist der pivot punkt p und den brauchen wir für jede für jeden weiteren punkt darauf passiert quasi die ganze rechnerei ich habe mir mal das natürlich nicht nehmen lassen die noch ein kleines simples zahlenbeispiel mitzubringen das ganze soll natürlich nicht im mathemativunterricht jetzt ausarten sondern ich will gerne mal ein klar machen dass man eine sache versteht die aus meiner sicht ziemlich wichtig ist und zwar und jetzt mal als beispiel genommen dass die vor die vortages kerze ein hoch hat von 1,1 könnte zum dollar sein oder ist jetzt einfach ein fiktives beispiel der close soll sein bei 1,0 und bei 0,9 ist eben das low haben die kerze müsste natürlich entsprechend hier jetzt schließen wenn man jetzt die zahlen ganz nimmt also die die zeichnung stimmt jetzt hier nicht überein mit dem wie die zahlen gewählt wurden sind und wenn man das ganze in die formel einsetzt dann hätten wir jetzt alles addiert macht drei geteilt durch drei wieder dann eben 1,0 und dann würden wir so hervorgehen und jetzt hätten wir den pivotpunkt p wollen uns den pivotpunkt r1 ausrechnen nehmen also zweimal die 1,0 und ziehen das low ab und erhalten dann eben die 1,1 die dann hier liegt und im nächsten schritt wollen wir uns den pivotpunkt r2 ausrechnen jetzt nehmen wir uns die 1,0 den pivotpunkt p und addieren quasi das high minus das low auf und hier ist ja der knapppunkt der für viele vielleicht nicht direkt als wichtig ist aber das high minus das low das ist im endeffekt nur die ganze handelsspanne von dem tag also einmal der markt von oben nach unten und das ganze eben addiert auf dem pivotpunkt p das heißt im endeffekt der zusammenhang besteht das die vorteils kerze die wird einfach auf dem pivotpunkt p addiert so dass man eben diese komplette spanne hat und das ist dann unsere unser magisches preislevel an dieser stelle und wenn man das ganze weiterführt mit dem pivotpunkt r3 dann wird es eben so gemacht man rechnet die handelsspanne auf dem pivotpunkt r1 dann hätte man hier quasi die kerze also einmal hier abgebildet und dann hätte man die kerze eben einmal hier abgebildet und so kommen die preislevel eben zustande also kein hexenwerk an dieser stelle sollte man eben auf dem schirm haben ich finde dass ja die vorhandelshochs und tiefs sowieso sehr signifikant sind also signifikanter als man eben so annehmen könnte genau ja und da wir natürlich fortschrittlich arbeiten wollen wir die punkte natürlich nicht händig ausrechnen jedes mal wenn wir sie brauchen sondern da gibt es indikatoren dafür ich habe hier mal einen mitgebracht und ich würde den link einfach mal in das go to webinar ein posten dass ich wieder den indikator herunterladen kann jeder der es möchte mal kurz in den chat schreiben das haben alle gesendet so hier hat jemand geschrieben kein ton hört man mich mittlerweile die ganze zeit alles gut perfekt ok wenn man dann den indikator heruntergeladen hat dann wenn wir mal hereingehen in dem metatrader 5 der indikator ist auch für den metatrader 5 und das ganze muss man eben noch kurz installieren ist nicht schwer man geht einfach im metatrader oben auf datei klickt auf datei ordner öffnen und geht in den ordner mql 5 und packt das ganze dort in den ordner indikators rein ich habe das ganze hier schon mal gemacht wenn das dann so erfolgt ist dann muss man nur noch im navigator fenster rechtsklick auf indikatoren aktualisieren klicken und dann hat man den indikator wird dann angezeigt jetzt öffnet man sich einfach einen neuen chart kann dort den indikator per doppelklick laden wir haben genau das ganze wird dann auf eines basis quasi gezeichnet es dauert einen kurzen moment bis er sich die daten gezogen hat ich habe das hier schon mal vorgeladen und das ganze sieht dann eben so aus jetzt haben wir die vertikalen linien sind dann die einzelnen handelstage entschuldigung so und dann wird quasi für jeden handelstag werden die sieben pivot punkte eingezeichnet man kann jetzt halt auch sehen für den aktuellen handelstag basiert das ganze dann eben auf den ja auf den vorhandelstag werten und man kann eben dann auch erkennen dass der pivot punkt p das ist ja so mehr oder weniger der durchschnitt auch von dem tag also beziehungsweise von den high low und close werten und sieht das liegt hier dann eben so ziemlich mittig in von dem vorhandelstag und ja darauf basierend dann eben dann die anderen sechs weiteren punkte berechnet und wenn man sich den chart so anschaut kann man jetzt schon sehen dass die resistance und die support areas ihre wirkung zeigen das ganze kann man also es wird natürlich nicht immer funktionieren aber es gibt viele beispiele zum beispiel alleine der vorhandelstag der pivot punkt r1 erst mal abprallt runterläuft ein bisschen am pivot punkt p reagiert weiter nach unten läuft und am pivot punkt s 1 daneben wieder um die umkehr macht und wieder nach oben läuft wo er wiederum wieder abprallt da gibt es natürlich viele beispiele wenn man wenn man durch schaut wo der kurs einfach an den linien abprallt jetzt sollte man aber natürlich nicht jetzt mal blind einsteigen sonst also man muss aufpassen dass man nicht überfahren wird wenn man jetzt mal so eine stelle hat zum beispiel da sieht man das dass die unterstützung so eine kaum stand gehalten hat und dementsprechend sollte man wenn man sich dafür entscheidet den einstieg zu machen den stop loss relativ eng werden aber natürlich auch weit genug so dass man mit solchen weg ausbrüchen nicht direkt ausgeschieden wird ich persönlich habe mich auch mehr fokussieren auf die punkte s3 und r3 für den handel dort einfach den abprall quasi zu handeln und wenn man sich den chart so anschaut dann ist es aber so dass der kurs nicht so oft zu den ganz äußeren punkten findet also spielt sich immer oft einfach so im mittelfeld ab sagen wir mal zwischen s2 und zwischen s3 und dass er aber mal an läuft an den punkt r3 und s3 das wird man nicht zu oft finden also darauf muss man schon warten jedoch ist die chance also statistisch gesehen ist es geben dennoch höher hier hätte man jetzt zum beispiel wo er angelaufen ist und dann den abprall den abprall macht also dass das ganze dann eben funktioniert ist statistisch etwas höher als dass es eben ja schon an den kleineren pivottpunkten funktioniert deswegen sind die linien hier auch dicker eingezeichnet und ja man hat jetzt natürlich nicht immer die zeit dafür dass man darauf wartet bis der kurs am punkt s3 oder r3 ist deswegen würde ich natürlich auch empfehlen eine screening software zum beispiel zu nutzen oder das ganze eben so zu automatisieren wenn man es kann dass man benachrichtigt wird wenn der kurs sich an einem geäußerten pivottpunkt befindet damit man eben schnell reinschauen kann sagen kann okay das sieht mir nach einem steilen anstieg aus wie weit soll der markt denn eigentlich noch laufen wahrscheinlich wird er jetzt eher die wände machen und dementsprechend möchte ich einsteigen und entsprechend würde ich mal kurz vorstellen im im forex screener hat sich ja vorhin schon mal kurz angesprochen screening software man gibt seine kriterien rein wie zum beispiel ich möchte mir jetzt alle märkte anzeigen lassen die sich dicht an einem pivottpunkt befinden und dann sieht man hier eben schon wenn man in der suche nach pivott oder pif einfach eingibt dass man hier pivottpunkte filter hat und man könnte hier sagen furcht screener zeigt mir mal bitte alles an was sich sehr dicht an einem pivottpunkt s3 befindet das ganze vielleicht auch nur auf forex gesehen im zeitintervall im 15 und dann haben wir jetzt hier gerade kein ergebnis schauen wir mal ob wir das ganze mit r3 finden ja auch kein ergebnis dann schauen wir mal ob wir den filter etwas zu eng gesetzt haben ja hier könnte man jetzt schon mal sehen dass wir hier fünf ergebnisse gefunden haben und man sieht auch schon in der vorschau dass der anstieg eben sehr explosiv ist also dass der markt dort quasi so ausgerannt ist sage ich mal und man sieht hier in dem beispiel befindet sich der markt eben an solchen einer situation so und freund hatte ich ja auch schon mal erwähnt man sollte vielleicht nicht direkt auf den knopf drücken sondern es macht eben auch sinn dass man solche setups kombiniert beziehungsweise ja ein richtiges setup erstmal hat und davon würde ich jetzt an der stelle auch mal ein paar vorstellen wir gehen mal kurz in die folie wieder rein ich würde jedoch an der stelle auch mal kurz ein blick in die fragen werfen genau und mal kurz die zwei fragen die hier angefallen sind beantworten gibt es den indikator auch für den metatrader 4 den haben wir aktuell da bin ich mir gar nicht sicher am besten mal per mail unseren support anschreiben dann können wir mal schauen ob wir den indikator auch für den metatrader 4 haben wir haben den metatrader 4 eben jetzt nicht mehr so im fokus da wir uns voll auf den metatrader 5 gestürzt haben einfach weil er in der zukunft dann halt länger überleben wird so sollte ich noch mal zeigen wie der indikator geladen wird da würde ich einfach den chart noch mal den chart aufmachen und fspb den indikator anwenden dauert das ganze einen kleinen moment und wir können auch mal rechtsklick machen und das ganze aktualisieren dauert einen kleinen moment bisher geladen wird manchmal auch der metatrader da ein bisschen länger also müsste sich gleich aktualisieren kann ich gerade nicht sagen woran das liegt ich hatte den auf jeden fall vorher noch getestet und dort ging es in dem beispiel das ist ja auch der gleiche indikator ist das vielleicht weil du im daily bist oh das macht auf jeden fall sind ja nelson vielen dank hast du mich gerade gerettet ja genau also muss man darauf aufpassen dass man also in einem geringeren zeitintervall als tageschart ist weil ansonsten berechnet er das ganze nicht da könnte entsprechend auch nichts einzeichnen beziehungsweise es wäre sehr unübersichtlich da für jede kerze die pivopunkte dann eingezeichnet werden würden genau okay dann haben wir es erstmal mit den fragen soweit und dann werfen wir mal ein blick in die folien genau und ich habe jetzt an der stelle ein paar trading setups mitgebracht die für mich so ganz gut funktionieren die ich so auch selber handele und ja das ganze einmal quasi immer in der theorie erklärt und dann in der praxis noch mal gezeigt wie es dann aussieht weil der markt sieht ja meistens nicht so bilderbuchmäßig aus wie man es also wie man es in den büchern sieht sondern es sieht meistens immer etwas anders aus und die kunst ist es dennoch das zu erkennen dass es eben trotzdem der trend ist sozusagen also zum beispiel der trend ist oder in das trading setup hinein passt nach welchem man eben ausschau hält und hier in dem ersten trading setup haben wir einfach einen abwärtstrend der über mehrere tage schon geht und ja es ist es ist ein bilderbuchmäßiger klarer abwärtstrend wir haben immer tiefere hochs und tiefere lows und jetzt passiert es für den aktuellen tag dass wir einen enormen anstieg nach oben haben und in dem beispiel ist es dann so dass der kurs der kurs der wird meistens ja nicht unendlich weit hoch rennen sondern er sucht sich ja dann immer einen widerstand wo er dann halt die umkehr macht damit er sich in den trend wieder einordnen kann also wo er seine korrektur abschließt und hier kann man auch noch sehen das ist jetzt gerade ein bisschen zufall dass der kurs dass der pivot punkt der 3 der ist jetzt auch genau bei dem tief quasi bei dem letzten tief was am vortag gemacht wurde und das setup wäre dass man an dem pivot punkt der 3 dann eben in richtung shorts einsteigt und den trend weiter mitreiten kann als anlaufstelle wäre dann ebenso das letzte tief was gemacht wurde ob der markt weiterlaufen wird wird man dann eben sehen aber es ist erstmal eine anlaufstelle so und und wie das ganze in der realität aussieht könnte man dann halt so sehen sieht es natürlich ein ticken anders aus aber vom prinzip her ist es das gleiche wir hier einen klaren abwärtstrend haben über die letzten tage wir haben an der am aktuellen also am einstiegstag haben wir eine explosion nach oben die bis zu dem pivot punkt r3 laufen wird der pivot punkt ist auch projiziert für die letzten tage aber berechnet ist eben für diesen tag und er übersteigt in dem beispiel jetzt auch das letzte hoch also das vortags hoch das muss aber eben nicht immer ein problem sein es ist dann halt auch so dass man mal schauen kann wie weit also wo das ziel wo man das ziel hin platziert da man ja auch weiß dass die pivot punkte als widerstände reagieren macht es auch sinn dass man als target eben einen von den pivot punkten selber nimmt also in dem beispiel bin ich hier ein bisschen zu früh eingestiegen oben habe ich aber nochmal per limit einen sauberen einstieg quasi genau auf dem pivot punkt r3 gemacht und der ausstieg war dann eben genau auf dem pivot punkt r1 gewesen und ja das wäre jetzt quasi so ein bilderbuch trade im real life sage ich mal dann könnte man auch mal überlegen wie man das ganze im vorweg screener finden kann also man könnte ja auch speziell jetzt danach eine markt screener nutzen und danach suchen und als filter idee könnte man hier zum beispiel nutzen dass man sagt der kurs der kurs der soll jetzt in der nähe sein vom pivot punkt r3 und beispielsweise soll der kurs sich befinden sagen wir mal am vortags hoch dann können wir mal gucken ob wir da vielleicht sogar was finden was handelbar ist das sind dann auch so set ups die findet man halt nicht zu jeder zeit am markt ja ich sage mal umso seltener sie sind umso besser sind dann auch die wahrscheinlichkeiten dass man sie eben erfolgreich handeln kann können das ganze auch nochmal prüfen mit dem logo da findet man jetzt auch nichts ist eben auch selten und das ganze kann man sich ja auch anlegen als filter set up haben wir schon eine ganze reihe von filter set ups uns angelegt speziell auch für den pivot punkt handel und man kann eben auch diese glocke dann aktivieren wenn man es als set up angelegt hat so dass man benachrichtigt wird immer wenn dieses set up den markt im markt gefunden wird also wenn das ganze jetzt in der innerhalb der nächsten fünf minuten passiert dann verpasst man es nicht sondern wird per e mail benachrichtigt und so spart man sich natürlich auch eine menge zeit können wir mal schauen was wir noch an set ups vorbereitet haben genau und hier ist wieder so eine bilderbuch zeichnung man kann eben erkennen der markt der befindet sich hier in so einer seitwärtsphase also keine klare richtung düppelt so ein bisschen rum über die letzten zwei drei handelstage und plötzlich kommt dann eben der ausbruch so ein ausbruch der kann eben dann erfolgen wenn man zum beispiel ja es könnte zum beispiel passieren dass einfach eine news rauskommt sondern der markt der reagiert einfach sehr stark und keiner weiß warum das ganze nennt man den power candle weil so ein so eine extreme explosion kann eben innerhalb von einer kerze sogar erfolgen oder vielleicht auch zwei kerzen einfach ja wo ist halt immer die frage wie weit so eine kerze steigt und solche power candles die haben auch immer was nachhaltiges also wenn wir aus so einer struktur ausbrechen und die kerze rennt nach oben und schließt jetzt beispielsweise auch an den pivot punkt der drei dann ist es auch sehr wahrscheinlich dass die kerze erst mal reagieren wird oder diese bewegung erst mal korrigieren wird und dann aber natürlich nicht komplett also nicht wieder zurück rennt bis in die struktur sondern einfach mal kurz verschnauft und dann den 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 kurs verlauf weiter folgt so könnte man hier quasi im ansatz sagen wir haben eine kerze oder eine extreme aufwärtsbewegung die ist sehr weit gelaufen und wollen am nächsten widerstand am pivot punkt der drei den short entry machen ähm und gehen entsprechend am nächsten widerstand raus oder wir warten auch sogar einfach mal ab bis die kerze am pivot punkt der drei reagiert die korrektur gemacht hat bis zum nächsten pivot punkt in dem fall der zwei und steigen dann eben in die weitere richtung ein hier ist es auch sehr empfehlenswert dass man in den kleineren zeitintervallen schaut ähm inwiefern ja inwiefern sich dort der kurs verhalten wird weil man kann auch mit den kerzen auf den kleineren zeitintervallen eben schon erkennen in welche richtung die kraft eingesteckt wird also die die kaufkraft oder die verkaufskraft und hier wäre so ein beispiel entsprechend wie es denn in der realität aussehen würde das ganze haben wir auch bekommen als signal mit den mit den vorexpiner signalen und man sieht hier wie gesagt so eine power candle die mit einer kerze so eine ganze tages range also vor tages range aufbaut und es ist bei so einer bewegung auch nicht so empfehlenswert dass man an dem an den widerstand direkt short einsteigt weil in den seltensten fällen wird er quasi den widerstand berühren und dann die korrektur machen sondern wie gesagt sollte man hier vielleicht lieber wie ich es hier gezeigt habe das gleiche beispiel einfach abwarten bis der kurs quasi reagiert korrigiert bis zum pivotpunkt r2 und dann kann man dementsprechend weiter long einsteigen beziehungsweise in die kursexplosion mit einsteigen man kann es auch häufiger erkennen dass solche starken kerzen die haben einfach mal ein paar stauffpause und wenn man dort sich gegen die kerze stellt dann wird man vom markt wird man ordentlich abrasiert das ganze könnte man auch wieder finden beziehungsweise sich alarmieren lassen über solche setups da müsste man einfach in das suchfeld mal nach power kerze oder power candle das eingeben und dann sieht man hier die power candle da hätte man jetzt alleine für dieses setup auch wieder kein ergebnis dass ich also es gibt am markt gerade kein setup was so aussieht aber ich habe in der letzten woche auf jeden fall eine menge signale dafür bekommen und wenn man dann gerade am rechner ist oder man kann ja auch von unterwegs handeln wenn man gerade trade bereit ist dann kann man den trade eben starten vielleicht nochmal kurz power candle zur erklärung als einzelne kerze wie das ganze aussieht hier wird jetzt hier gerade auch nichts gefunden gibt es gerade keine power candle ist gerade der markt einfach zu ruhig dafür ja aber wie gesagt es kommt eben auch darauf an dass man solche setups dass man sich alarmieren lässt und dann verpasst man solche trades eben auch nicht dann kommen wir zum nächsten setup trading setup nummer drei das sieht vielleicht so ein bisschen so ähnlich aus wie das erste trading setup was ich vorgestellt habe weil wir uns wieder in einer abwärtsphase befinden und hier ist das wichtige hier haben wir quasi zwei linien eingezeichnet und das ganze steht dafür dass wir einmal einerseits den pivotpunkt s3 haben und der ist jetzt jedoch nicht der alleinige unterstützer oder der alleinige widerstand sondern wir haben einen weiteren widerstand also wir können das ganze ja auch kombinieren und da kann man sehr kreativ werden zum beispiel könnte man sagen hier soll auch eine preismarke liegen also die sollen sich quasi überlappen oder sehr dicht beieinander liegen sodass man auch eine kleine widerstandsrange hat und dann hat man quasi sowas wie einen super widerstand oder wie einen kombinierten widerstand da kann man auch also da muss man nicht unbedingt die preismarke nehmen sondern man kann auch wirklich einen widerstand nehmen es kann sein dass man als fibonacci retracement der vorwoche das 50 prozent level hat man kann auch einfach sehen dass im vor und vor in der historischen großverlauf dass der markt hier schon mal abgeprallt ist und das ganze eben schon mal bestätigt wurde und wenn der markt jetzt im abwärtstrend sich befindet dann stellt sich wieder die frage ja wie weit wie weit soll er dann noch laufen und dann heißt es hier an solchen punkten mit doppelten widerstand oder mehrfachen widerstand augen offen halten für den einstieg in die korrektur und korrektur heißt auch nicht dass der kurs dann bis hier oben laufen wird sondern er wird dann wahrscheinlich eben bis zum nächsten widerstand laufen was der pivotpunkt s2 sein kann oder was eben das letzte swing low sein kann und dementsprechend wäre das dann als tage zu setzen beim stop loss muss man natürlich auch schauen dass es halt nicht nicht zu weit ist aber auch nicht zu eng ist weil wenn er hier daneben einfach ein low macht dann möchte man natürlich nicht direkt ausgestoppt werden sondern natürlich drinnen bleiben sonst ärgert man sich und verliert auch noch geld so schauen wir mal wie das ganze wieder aussieht hier haben wir ja einen doppelten widerstand das ganze ist quasi ganz einfach also wir haben jetzt hier die wo punkt s2 die wo punkt s3 und der überlappt sich hier mit dem mit der preismarke und das ist dann entsprechend so ein einstieg den man machen kann mit zwei widerständen in richtung long und das target wurde hier gesetzt am pivot punkt s2 so habe ich noch einzelner mitgebracht letzte es ist vielleicht auch gar nicht so ein stand alone setup sondern mehr so eine art bonus oder ich sag mal zusätzliches verhalten an solchen widerständen an solchen preisleveln das finde ich also das ist eine sache die fällt sehr oft auf dass man hier so eine art doch range hat also man hat hier den widerstand beziehungsweise pivot punkt und man sieht schon im ersten anlauf geht er fast bis ran und danach kommt die kerze versucht also titsch kurz rüber schafft es aber nicht drüber zu schließen im zweiten oder nächsten versuch genau das gleiche im dritten versuch auch das gleiche also wir haben jetzt hier quasi ja man könnte es auch als außenstab dann einfach sehen der nicht mehr gebrochen wird ich finde es eben immer sehr interessant dass man hier so eine high dort range hat sozusagen und in der area findet man sehr profitable einstiege wenn man dann eben in die gegen richtung handeln möchte und dafür haben wir auch einen filter vorbereitet den würde ich mal kurz vorstellen an der stelle der nennt sich die findet man in der gruppe kerzen mit dort range und da hat man zwei filter drinnen der eine heißt high range kennenz in folge und der funktioniert eben genau so dass man sagt man hat drei kerzen in folge wo sich die dort mit den heiß so überlappen also wo die quasi so ineinander sind und der nächste in der nächsten kerze befindet sich der aktuelle kurs genau in so einer range und wenn man das ganze jetzt kombiniert dass man sagt und zusätzlich will man noch an einem widerstand sein dem pivot punkt r3 das wäre dann quasi so ein setup hier ich habe das mal kurz aus den filter setups geladen dann können wir mal schauen ob wir hier vielleicht ein ergebnis finden es ist wieder extrem selten also ich speichere in den filter setups eben auch die sachen die nicht zu oft kommen und lasst mich dann einfach benachrichtigen und dann findet man eben solche setups wie ich es hier gezeigt habe also der einstieg in der high-loft range der einstieg in der high-loft range und dann richtung shorts bis entweder zum nächsten der widerstand und man sieht eben schon dass es hier auch öfter so angelaufen wurde also mit der high-loft range hätte man hier auch schon einen einstieg nach unten gefunden das ist eben ja das ist eben gold wert der filter so dann schauen wir mal ob wir noch mal fragen haben vor wir weiter gehen hier eine frage nutzen sie das für vorwärts oder auch bei aktien also der vorwärts final der lässt sich eben für alle assets die sie im metatrader finden nutzen damit können sie eben alles scannen ich persönlich handele bevorzugt forex und indizes einfach weil ich damit ein bisschen vertrauter bin ich habe aber ab und zu auch trades in den stocks also in den us stocks deutsche stocks oder auch niederländischen stocks wenn ich dann ein sehr gutes setup sehen oder halt benachrichtigt werde von den signalen dann gehe ich da natürlich rein das funktioniert genauso gut wie auch in den forex märkten oder in den indizes also das können können sie auf alle asset kategorien anwenden so hier kann noch mal die frage welche zeiteinheit ist das da fehlt mir gerade leider der bezug weiß ich jetzt gerade nicht welches bild gemeint ist kann man vielleicht noch mal kurz einschreiben welche welche vorher und dann kann ich da noch mal eingehen so dann hier die frage hast du power candidates schon mal mit news abgeglichen also ich gehe mal davon aus dass es jetzt so gemeint ob wenn der news kommt ob dann die power candidates hier angezeigt werden falls nicht dann bitte doch mal reinschreiben wie es genau gemeint ist aber ja genau so ist es also wenn der news kommt und man hätte jetzt als power candle filter das setup gespeichert möchte sich benachrichtigen lassen jedes mal wenn der news kommt wird man automatisch auch per e mail benachrichtigt oder zu dem zeitpunkt wenn news rauskommen kann man natürlich hier auch manuell mit dem forex screener screening betreiben und dann wird man auch genau die märkte finden die durch die news eben beeinträchtigt sind oder beeinflusst sind also das spielt auf jeden fall zusammen so dann hier die frage ist also m 15 oder noch tiefer empfehlenswert ich finde das muss man eben immer mixen also ich lasse mir die die signale die lasse ich mir als geben auf mehreren zeitintervallen zum beispiel 15 und h1 das sind quasi meine favoriten man sollte immer schauen wie ist die großwetterregel also wie sieht das ganze auf h1 oder sogar auf h4 aus in welche richtung geht der markt gerade und wenn man sich an dem widerstand befindet dann sollte man mit dem zeitintervall runtergehen auf beispielsweise m1 oder vielleicht auch m2 um dann zu gucken wie reagiert das ganze direkt am widerstand also nimmt quasi die kaufkraft ab wenn wir uns an dem pivotpunkt r3 befinden und man bekommt nur noch so kleine kleine kaufskerzen und die verkaufskerzen die werden eher größer oder die reaktion in richtung verkauf die wird größer dann ist es auf jeden fall noch mal so eine bestätigung dafür dass man in die richtung einsteigen kann in die gegenrichtung so kleinen moment ja hier wurde gerade noch gefragt wo ist der einstieg im zweiten set up und ja ich kann es hier noch mal kurz zeigen anhand des theoriebildes also in dem praxisbeispiel ist der einstieg quasi an dem punkt pivot r2 gemacht worden und dann quasi in richtung der power candle in den gleichen trend mitgegangen das kann man hier noch mal sehen hier sieht man eben diesen kleinen pfeil und der aufstieg war schon hier also direkt an den widerstand weil ja da war ich mir nicht sicher ob es da eben weiter geht wir hatten hier so eine herzensspitze wieder gehabt und da dachte ich mir das geht nicht weiter und gehe ich lieber mal raus wie kann ich die linienfarbe ändern wie bekomme ich den die senkrechten linien rein schauen wir uns mal an also ein chart rechtsklick eigenschaften dann sieht man eben hier das kontrollkästchen periodentrennung verbergen oder periodentrennung anzeigen meine ich und da sieht man schon in dem fenster so bekommen sie die vertikalen linien rein und für den indikator muss ich mal schauen ob man das ändern kann genau also ich habe jetzt hier quasi steuerung hier geklickt da kommen sie in die angewandten indikatoren können hier unter eigenschaften hineingehen und dann haben sie hier die farben die sie für die einzelnen pivot punkte individuell einstellen können sowohl als auch die breite der linien und den stil hier hat er noch mal die wurde noch mal nachgefragt nach welche zeiteinheit ist es beim trading setup 2 das ist also dieser screenshot hier das müsste die stunde aber jetzt sind hier zu viele kerzen es könnte 15 oder 30 glaube ich glaube 30 müsste das hier sein und das hier ist ein sehr das hier ist auf m5 genau das hier wurde auf m5 gemacht kann man auch untergehen auf m1 sogar da sieht man dann halt also ich finde hier war das bild einfach klarer gewesen für mich auf m5 ich habe aber natürlich während des trades auch auf m1 geschaut um zu gucken in welche richtung geht die kraft die kaufkraft oder die verkaufskraft ok dann wurde sich hier noch ordentlich bedankt ja kein problem sehr gerne würde ich sagen gehen wir noch mal in die folien rein die trading setups die hatte ich jetzt alle vorgestellt genau und dann kommen wir eben dazu zur webinar reihe noch mal zurück es geht ja eben wie gesagt darum wir wollen hier content aufarbeiten für die themen die interessant sind für sie und das ganze eben noch mal beleuchten am besten wollen wir das dann auch in kombination bringen mit dem screening damit sie solche setups eben auch finden von daher würde ich sie einfach mal bitten schreiben sie in die kommentare oder in den chat hinein welches trading thema interessiert sie was sollen wir mal neuer genauer beleuchten für sie und vielleicht das nächste webinar schon mit ihrem trading thema bringen also es können eben sachen sein wie handel mit sms durchschnitten fibonacci trading preis marken trading oder was auch immer ihnen in den kopf kommen können auch sachen sein wie vielleicht noch nicht mal im forex china drin sind ishimoku trading zum beispiel und dann schauen wir uns das ganze an würden entsprechend auch die filter implementieren und dann den content dazu aufbereiten und in das nächste webinar einfließen lassen für sie und dann als letztes als letzte als letzte wichtige information noch für sie wer den purz wiener noch nicht hat der ist komplett kostenlos für sie vorausgesetzt sie sind kunde bei fx flat und handeln dort aktiv und dann können sie einfach mal auf unsere webseite gehen www.porex-greener.de können dort auf registrieren klicken und können ihren kostenlosen zugang beantragen dann werden sie in kürze freigeschaltet bekommen ihre zugangsdaten per e mail und dann können sie quasi die gleiche software nutzen mit denen ich ihnen gerade vorgestellt habe wie sie solche setups finden können dabei wird dann eben der ganze markt gescannt mit allen assets von fx flat und wir haben auch ein addon im angebot komplett kostenlos für sie damit sie damit sich der chart im hintergrund aktualisiert also damit sie quasi den full screener mit dem metatrader verbinden und auch die linien dann eingezeichnet werden für ihre trade ergebnisse so ja dann bin ich auch schon am ende angekommen und falls jetzt noch fragen sind gerne in den chat schreiben dann würde ich da noch darauf eingehen wir haben ja noch ein paar minuten hier gibt es eine frage gibt es vorgegebene filter templates ne gibt es nicht ist aber an sich eine gute idee also vielleicht für leute die noch neu sind in dem ganzen screening dass man da so ein paar defaults hat wir haben aber auch anleitungen wie man eben das ganze einstellt da kann man mal auf unserem youtube channel vorbeischauen dort haben wir auch ein paar trades vorgestellt ich kann mich erinnern an gap trading preismarkentrading fibonacci trading da sehen sie dann auch die filter setups und dementsprechend wie die ganzen filter eingestellt sind und können das ganze dann auch nachmachen ansonsten können sie auch gerne vorbeischauen auf unser instagram profil das ist noch sehr frisch können wir noch ein paar follower vertragen und da liefern wir natürlich auch guten content also ausschnitte die sie jetzt gesehen haben halten sie dort und wir posten dort auch unsere full screener signale also immer wenn wir mal ein gutes signal bekommen jetzt natürlich nicht alle aber immer wenn wir mal ein gutes setup bekommen was wir dann teilen wollen mit unserer gefolgschaft dann werden sie das auch in den stories sehen ok ja dann bin ich auch schon am ende angekommen und wird mal noch zum schluss sagen hat mich sehr gefreut dass es hier so ein großes interesse gab an dem ganzen thema und sieht so aus als würde die neue webinar reihe sehr gut bei ihnen ankommen von daher freue ich mich natürlich schon nächsten monat mit dem neuen thema auf den zug zu kommen und falls es zwischendurch noch fragen gibt können sie sich natürlich jederzeit an uns wenden mail.fohls-gina.de oder auf unserer webseite und ja dann wünsche ich ihnen noch einen schönen abend bleiben sie gesund und viele erfolgreiche trades natürlich ja super manuel vielen vielen dank dem schließe ich mich an hat mich natürlich auch sehr gefreut dass das interesse sehr groß war und deswegen freue ich mich umso mehr auf den nächsten termin mit dir und ich wünsche natürlich den teilnehmern auch noch eine erfolgreiche woche noch einen schönen abend passen sie auch für die trades auf und bleiben sie gesund bis zum nächsten mal dankeschön ciao ciao